Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Unforgiving, so hieß es. Weiter geht's. So, warte mal ganz kurz, das ist schon wieder alles sehr professionell, wie das hier alles so startet mit dem Anziehen. Und ja, okay, so, warte mal, oh Mensch, die ganzen Kabeleien, bis ich setze mich hierhin, mache alles an und starte, obwohl es noch gar nicht bereit ist. Aua, jetzt habe ich mir meinen Nagel. Okay, alles safe, Nagel ist noch dran. Sehr professionell, schneide ich das jetzt raus. Ach, scheiße, Mist. Okay, weiter geht's. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir dort oben reinkommen. Gut, so, die Aufnahme läuft super. Okay, wir sind in irgendeinem Haus. Der Schlüssel, die Harfe, ist von Iktrafil selbst geformt worden, mit magischem Gold eingelassen und mit heiligen Runen verziert. Die Zwerge gaben die Harfe von Freya, sie nahmen Strähnen ihres goldenen Haares als Seiden, sodass die Magie durch das machtvolle Instrument fließen konnte. Wow. Opfer, ja, das kennen wir ja auch, das kennen wir auch. Die heilige Pflicht, ja, das können wir auch und das kennen wir auch. Okay, so. Jetzt geht's bestimmt richtig ab. Es geht ab, es geht ab, es geht ab, es geht ab, 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 ab. Okay, da kommen wir hoch. Das kennen wir. Das kennen wir hoch alles. Jetzt muss ich mal ein Streichholz anmachen, weil es doch sehr dunkel ist hier. Ich durfte nicht schauen, ich habe trotzdem hingesehen. Aha. Der Führer in der Dunkelheit, der Geist, der die Wanderer im Dunklen führt, kann sowohl gute als auch böse Absichten haben. Sie können, können, was? Sie können, können Wanderer aus dem Dunklen führen, aber auch in einen früheren Tod. Frühen Tod. Gut. Halt. Das wollen wir nehmen. Oh, wieder sehr großzügig. So, was haben wir hier? Wieder die Ruth. Gut. Gut. Ja, komm ich da nie hin, Mensch. Herze. Die Macht der Runen. Odin opferte sich selbst und litt für das Wissen der Runen. Die machtvollen Symbole, mit denen Menschen die Realität verändern können. Angenommen, dass die Steine und mächtigen Orte, die die Kraft bündeln, gefunden werden können. Oh, warte mal, da war irgendwas. Ach, das hat bloß geleuchtet. Okay. Hier haben wir jetzt alles durchgesucht. Hier geht's hoch. Wir werden... Aber nochmal da drüben gucken. Heute habe ich mich vor dem bösen Mann versteckt. Oh, weh. Ach, das ist bestimmt der Boy von draußen. Heilpflanzen. Hier geht's auch nochmal nach oben. Eine Uhr. Oh, super. Nein! Ach, Mann. Ach, das ist scheiße mit der Maus. 5 von 18. Heilige Pflicht. Okay. Können wir hier irgendwas angucken? Eva, ich vermisse dich. Oh. Eva. So, wir gehen jetzt einfach mal hier hoch. Ist die Wand drunter gefetzt? Streichhölzer, super. Zwei Stück. Ja, das können wir ja. Und das können wir auch. Und das können wir... Oh, oh. Stockduster. Wir müssen dann gleich mal gucken. Ach, guck mal, wir haben ja noch genügend Streichhölzer. Die sind richtig sparsam. Ja. So, und da kommen wir bestimmt hoch. Genau, okay. Uh. Zack, 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 zack. Zeitungsartikel. Rot. Okwis. Keine Ahnung, wurde tot gefunden. Oh Gott. Der Körper wurde mit Kratzspuren im Gesicht gefunden. Besonders um die Augen herum. Die Augen ausgekratzt oder so. Warum finden wir jetzt so viele Streichhölzer? Oh, jetzt bin ich erschrocken. Da ist die Harfe. Wieder ein paar. Ach, guck mal, das ist derselbe Tisch wie... Oh Gott, jetzt radert's. Jetzt radert's bestimmt. Jetzt macht's den Gürtel um. Und wir haben die Harfe in der Hand. Oh Gott. Oh Gott. Untertitelung des ZDF, 2020 Was? Ziehen Sie auf den Song? Ah, okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Hä, was soll ich tun? Warte mal. Mit Emanuel spielen. Wieso macht denn der das nie? Hä? Ah, okay. Das sind die Buchstaben. Ah, okay. Wieso macht denn der das nie? Achso, das war ein anderer... Hä? Hä? Das ist doch der, oder? Muss ich das hintereinander spielen? Warte mal, dann muss ich mir das mal aufschreiben. Äh, warte mal. Ähm, din, 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 din. Achso, das ist... Okay, warte mal. Ah, okay, gut. Dauert ein bisschen, aber ich hab's verstanden. Muhahaha, ich komm mal raus. I'm coming raus. So, boys and girls, what are you doing? So, wie kann ich denn dir helfen hier, kleine Mann? Ach, du hörst nix. Warte mal, willst du das jetzt hören? Warte mal, wir können ja mal kurz spielen. Ne, passt ja nicht so. Okay, na gut. Wird ja sein können, dir gefällt das. So, wir müssen jetzt... Wohin? Aufnahme, die läuft. Das ist ja so schön. Alter, was ist denn das jetzt? Ich hab keine Ahnung. Ist sie jetzt weg, oder? Also, sie wird jetzt bestimmt nie weg sein, aber... Also, ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, wohin. Oh Gott. Rein theoretisch könntet ihr ja gar nicht jetzt hierher kommen. Eigentlich. Gehen. 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 Gut, ich renne dort lang, ich renne hier lang. Alles, ey. Ja, super. Warte mal. Wir nehmen das mal mit hier. Ich hab keine Ahnung, wo der lag. Boah. Das weiß ich leider nicht mehr, wo der lag, ey. Scheiße. Hier noch? Keine Panik, wir bekommen das hin. Alles safe. Alles safe. Alles safe. Okay, und jetzt schnell wieder hin. Ist eigentlich ja bloß geradeaus. Was macht denn die alte Dorte? Die geht mir schon da so auf den Sack. Halt. Warte mal, wir warten mal kurz. Mann! Cool, als wenn ich jetzt hinter mich gucken könnte. So normal, weißt du, so beim Rennen irgendwie. Oh, scheiße, ich bin nicht richtig. Dialog. Untertitelung des ZDF, 2020 Wer war's das? Wer sind jetzt hier? Ich weiß nicht, ob wir hier nochmal hin müssen. Ach nee, von hier kommen wir ja auch noch hin. Mann, ich weiß nicht, ob wir hier noch hin. Wir müssen jetzt hier runter zum Telefon. Kleine von Freya kommen hier hin. Waren wir ja auch noch nie bei der Kleinen von Freya. Die Rüte haben ja jetzt Beete gemacht, ne? Wir waren bei der einen und bei der anderen. Ach ja doch, hier waren wir schon. Ja, ja, hier waren wir doch schon. Ach, na klar waren wir hier. Okay, dann versuchen wir jetzt nochmal zum Telefon zu gehen. Keine Ahnung. Schmied. Telefon. Oder? Bitte, bitte, bitte. Ja, Telefon. Okay. Gut, dann werden wir mal zum Telefon gehen. Mal schauen. Ach, jetzt waren wir ja eigentlich schon überall, oder? Zugbrücke, genau. Lagerung waren wir beim Schmied, waren wir ja auch schon, ne? Oder? Oder? Ach ja, hier war das ja. Okay. Ähm. Oh. Hier war das. Scheiße. Jetzt kommen bestimmt gleich wieder die Alde angerannt. Okay. Die rennen jetzt auch dort rein. Okay. Okay. juni. Okay. Halt! Bye.